Tobi, du hast ja diese Woche offiziell deinen Vertrag hier beim TSV verlängert. Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht und wie wohl fühlst du dich hier beim TSV? Erstmal bin ich froh, dass ich um zwei Jahre hier verlängern durfte. Ich mache meine Ausbildung ja hier, die in zwei Jahren zu Ende ist, hoffe ich. Und dadurch, dass ich die zwei Jahre hier angeboten bekommen habe, passt es sehr gut und ich fühle mich hier sehr wohl, wurde direkt am Anfang sehr gut aufgenommen, verstehe mich gut mit den Spielern, ist ein super Team und es macht einfach riesen Spaß hier und hoffe, dass ich mich in den zwei Jahren weiterentwickeln kann. Du hast bisher erst ein Derby gespielt, hast damals im Trikot von 96 hier beim TSV verloren. Es waren ohnehin schon immer sehr umkämpfte Partien, vor allem jetzt, da Hannover gegen den Abstieg spielt und alles geben wird, um zu punkten. Was erwartest du am Sonntag für ein Spiel? Ja, schade, dass ich damals verloren habe. Jetzt natürlich, diese Saison haben wir schon einmal gegen die gespielt, was ein schwieriges Spiel war. Da war ich leider noch verletzt, wurden nur eingewechselt. Das haben wir mit 2-1 gewonnen. Aber das jetzt ist wieder eine andere Situation, auch für 96, die gegen den Abstieg spielen, noch aber relativ viele Nachholspiele haben. Deswegen sehe ich das nicht konkret, da sie die letzten Spiele auch relativ gut gespielt haben. Bis auf Meppen, da haben sie verloren. Ansonsten ist es eine spielerisch starke Mannschaft, die viele gute Einzelspieler hat und für uns wird es schwierig, dagegen anzukommen. Aber wenn wir kompakt stehen, so wie in den letzten Spielen, mache ich mir da keinen Kopf, dass irgendwas schief gehen könnte. Es wird auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel. Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer. Sonntag, 17 Uhr ist ungewöhnliche Zeit für uns, für alle, denke ich mal. Aber trotz alledem freue ich mich darauf, gegen alte Kameraden wieder zu spielen und wir werden sehen, wer am Ende der Sieger ist. Ich hoffe, wir. Bis zum nächsten Mal.